Okay. Ja, wir machen dann jetzt mal die Mission, die wir beim letzten Mal knapp nicht geschafft haben, durch diese leichte Karte, weil wir so schlecht waren. Hier erinnern wir mich so grob. So, jetzt müssen wir uns erstmal wieder anstellen. Yo. Okay. Yeah. Mal gucken, ob ich eine Herausforderungskarte anwählen kann, die nichts macht, dass... Wenn, wenn du sie anrennt willst... Hihi. Wie ist er die... Nein. Drei, ob es so gut ist. Ich spiel mal diese Jahr aus. Bei mir gibt es auch eine kleine Sache, aber die könnte... Es ist nicht so bescheuert wie die letzte, aber ein bisschen lustig. Ich stell mir das gut vor. Ja, knauf heute. Zeit ernst zu machen. Wenn wir gegeneinander rennen, können wir umble fallen. Okay. Finde ich voll geil. Okay. Okay, das wird schon gut. Ja. Das ist so ein Ding, weißt du, das ist lustig und so könnte man vielleicht schon mal für die höheren Schwierigkeiten gerade testen, dass wir ein bisschen mehr gucken, wo wir hinschießen und so ein Kram. Ich glaube, das wird uns am Anfang in den höheren total fertig machen, wenn wir da auf einmal Friendly Fire haben und uns die ganze Zeit selber umschießen. Okay, ich möchte aber gerne ausprobieren. Ja. 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 Kannst du aber gerne tun. Ja, sehr gerne. Sind das eigentlich beide aktive oder nur eine? Mit einer zufällig ausgewählt. Achso. Das wurde uns beim letzten Mal, glaube ich, erklärt. Oh shit. Das sehen wir, glaube ich, auch gleich. Wenn die Lads hatten, woher sind. Was eigentlich, was ich im Kopf habe, ist, dass die, die nicht ausgewählt hat, deswegen definitiv nicht verfällt. Also, die bleibt dann. Okay, ist, glaube ich, nur eine. Ja. Was hast du gemacht? Ja, ich habe gegen dich gelaufen. Das geht wohl nicht immer. Oh, okay. Okay. Ein bisschen trottelig, aber nicht so schlimm. Oh, Mann. Oh, da liegt eine Banane. Ich muss hinfallen. Nein, egal. Oh. Scheiße, ich darf es nicht auffallen. Das war jetzt sogar wirklich keine Absicht. Das war einfach nur... Mann! Jetzt ist der mich reingelaufen. Der schreibt, what? Das wird ja richtig dumm. Das wird ja richtig bescheuert. Okay. Oh Gott, das ist ein ganz anderes Bügel für die jetzt mit Aufhörern. Besseres oder ein schlechteres? Viel, viel besseres. Sehr gut. Also, siehst du mal. Hast du wieder ein Spiel, was du noch spielen willst. Hast du ja so wenig. Wow, ich wollte nicht so was bringen. Okay. Ach ja. Ich bin gerade überhaupt nicht zufrieden. Irgendwie muss ich mich richtig reingewöhnen noch wieder. Ach, ich habe ja auch die neue Waffe. Ja. Moment. Du hast ja die präzise Waffe. Da muss ich eh nichts mehr. Dann wirst du jetzt wieder alle in den Schatten stellen. Ja, aber so macht das Spiel auch richtig Spaß. Mit der Waffe? Mit der Waffe? Ja. Ja. Ich mag den Schützen eigentlich auch, muss ich sagen. Aber mal gucken, was wir denn, wenn wir mit allen durch sind, was da mit dem Speer ist, der gesagt hat, der da noch kommt. Granate, Renate. Ja. Nein. Nein. Dann wirst du schon mal eingeben. Renate. Oh, wirst du schon mal. Mal. Ich отношen dich an. Ich08 nicht. Junge. Ich erinnere mich mit meinem U. Ichelle mich zurück inügen. Ich mache dich doch auf"- Nuarda. Tschüss. das gar nicht mehr so viel leben ja da und hier Ja, ja. Mhm. Keep moving. Mit diesem ganzen Hintergedanken, was man leveln könnte, was für eine geile Klassenkombi das ist und was für ein... Ja, es ist jetzt ja nicht das deepste Spiel, aber trotzdem so ein bisschen mehr als wir am Anfang dachten, macht das schon viel mehr Spaß als beim letzten Mal, wo wir das gespielt haben, finde ich. Ja, definitiv. Also, ohne Witz, es macht doch jetzt mehr Spaß einfach nur, weil man jetzt nicht so da durchrennt. Das sind ja damals mal Profis im Internet unterwegs, ne? Ja. Hear that? Ja, Profis sind wir ja auch. Mich würde es interessieren, wie das Spielgefühl, der es ins Frontly Fire gibt. Ja, oh. Na, diese blöden... Dinger immer. Jetzt sind wir schon gleich da, wo wir immer gestorben sind, weil wir so viel Leben verloren haben. Oh. Hey! Ich hab mich schon wieder auf ginge. da oben geht es noch nicht halb nicht mal besser ich glaube das umrempeln macht zumindest keinen schaden aber für die belohnung ist noch okay also es ist jetzt nichts wird immer mal wieder auch die schrotwinte benutzen wenn du hast weil die halt wie gesagt so stark sein wollen wenn man die level ist schon glaube ich ziemlich gut in die gegner mal was sind kern sammeln anschließend jetzt wissen auch mal was wir in der mission hier machen müssen beim letzten mal war das hier so gestresst weil wir die ganze zeit so viel leben verloren haben das ist gar kein plan glaube ich hatten was wir tun müssen das war das war das war das war munition elektroschock geschosse wie ging das noch mal das sind elektroschock geschosse okay so okay dann nutze ich meine ab geht hey wollt ihr gerade zu der maschine beine ne achso okay jetzt geht's los granate da rein und gut ist bumm wo wie würde spieler Da haben wir echt viele Gegner. Oh, Aliens. Allein bei den Aliens ist die Schrotwinter wirklich gut, dass man sie hat. Ja, weil die einen Schuss macht, ne? Oh, oh. Alien. Ey, oh, war hilfbar. Bäh. Angespuckt. Juhu. Ist das schön. Ja, ich stand gerade in der Richtung, konnte das live und in Farbe beobachten. Sehr schön. Oh. So, was soll ich sagen? Okay. Mann. Sieht doch einfach nur so doof aus, als ob wir vor die dummen Leute steuern würden. Vor die Elite-Soldaten, aber die rennen gegeneinander. Schade. Ohne Witz, das liegt in diesem Spiel immer eine richtig schöne Wendung, ne? Ja, irgendwie schon. Oh, das ist ein Alien. Dachte, das wärst du. Oh, egal. T, T, T. Ohne Witz, die sind Löcher und Aliens. Ne. Doch. Dachte ich mir doch. So. So. Mmh. Hey! Schaut her. Oh, da hinten. Oh. Clear, okay. Oh, aliens. Okay. Ja, mein Medipack, was ich noch hab. Das Maschinengewehr ist glaub ich gut, wenn ich's level. Ich hab ja das neue jetzt genommen. Das hat schon eine ziemlich gute Präzision, das macht schon Spaß. Bist du ja noch da? Ja, ne? Wer noch? Wo bin ich? Ja. Wo soll ich denn sein? Oh, da hör ich dich schon wieder an, ja. Check? Ja, ich hör dich. Test? Ich hör dich. Warte mal. Ähm. Ja? Hallo, hallo, hallo. Ah ja, aber ich hör dich nicht. Ähm. Bei mir kommt bei Discord auch nicht das grüne Symbol, dass du irgendwie sprichst. Ja, jetzt aber, oder nicht? Ja, jetzt aber, oder nicht? Also, keine Ahnung. Ähm. 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 Was machen wir denn da jetzt? Ja, Moment, jetzt. Ja, was? Jetzt kommt das grüne Symbol. Jetzt kommt das grüne Symbol, aber hier. Ja. Und nun? Ja, jetzt hör ich dich wieder. Äh, ich bin jetzt nochmal einfach in den Channel raus reingegangen, also ich hab nichts verändert, aber scheinbar, keine Ahnung, ob das in Discord lag dann, oder so. Ja. Weiß ich auch nicht. Das sind die Rätsel und die Mysterien. Ja. Die sind Minen. Halt. Mind the head. You can see the blinking lights. Shoot or avoid. Aber ansonsten muss ich ehrlich sagen, äh, ich hab das Discord, glaub ich, besser als das, ähm. Ja. Geh ich auch von aus. Auch von der Qualität her. Ja. Ja. So, haben wir das ja schon mal geschafft. Ah, Munition. Wo ist Munition? Hier unten. Und ein Medi-Pack. Munition auffüllen. Ja? Ja. Okay. Mann! Okay. Okay. Oh, da ist einer. Oh! Oh! Hallo! Wie viele sind das denn? Ups! Ja, die sind auf einmal aufgestanden, wo ich dran vorbeigelaufen bin. Ich habe sie nicht angegriffen oder so. Ach so. Mhm. Ich glaube einfach, dass man mal vorbeiläuft. Ja, tatsächlich. Okay. Ah, sind ja Noobs, von daher ist das ja nicht so schlimm. oh, tschüss. Oh! Haha, jetzt geht es hier richtig los. Alpha hat auch welche aufgesehen. Nicht so viele aufwecken. Jetzt gleich der Raum leer. Was hat sonst jetzt zu tun? Ja, mein Gott, die können ja zum Glück auch nicht wirklich viel. Und es ist eine schöne Gelegenheit, die Schrotflinte weiterzuleveln. Hallo, hallo. Ähm, okay, dann muss ich mal sagen, dass ich teilweise auch an den Legs wollte. Ich wurde gerade wieder ein Stück weg, weg teleportiert. Okay. Ich brauche, dass du pläst, Religi. Ich habe dir gesagt, kenne mich, Cynthia. S-N-D-H-Y-A Weyland-Yutani-Model 9500 I was, I am, the central computer Paula Station. You gotta be fucking kidding me. Großrechner sichern, okay. Oh, Deco. Whoa, was mir los. Das ist die Artificial Intelligence. Not Vegas, Cynthia. Observe, understand. Do you want to call us that? Moniker didn't know that. Spencer, we need a way to shut Cynthia down. She has executables across multiple databases. We must disable her network hours. ... ... ... ... Ach, die schmeißen jetzt auch Granaten? Okay. ... ... ... ... ... ... ... Hat der Granadier dich erwischt? Wir müssen die Kerne sammeln und dahin bringen. Okay. Nein, 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 nein. Den Kern anschließen, jetzt noch Munitionskiste. Da hinten ist noch ein Kern. Gibt mir Feuerschutz, dann gehe ich mal dahin. Oh, 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 oh. Okay, hier ist noch irgendwas anderes. Gehärtetes Elektrowachgeschütz. Oh, da hängt viele. Oh. Ich habe Alpha umgerannt. Manuelle Dings übertragen. Oh. 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 Warte. Oh. 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 Server sichern, da drüben, okay. Na gut. Hier ist ein Medi-Pack. Sehr schön, das brauche ich unbedingt. Oh. Wow. Holy shit. Ah, wir müssen wieder die Kerne finden und anschließen, okay. Oh, fuck. Oh, da kommen jetzt ganz viele mit den... Ja. Okay, dann down. Oh, nah zu... Oh, da... Nacken. Das direkt hier. Cool. Das war Glück, dass er nicht so schön gespawnt ist. Deaktiviere den Notfallhub. Oh. Shit. Da bin ich ja fast geschoben. Oh, oh, oh. Einer mit der Minigun oder sowas. Oh, je, je, je. Oh, scheiße. Ich bin ja tot. Oh, noch einer davon. Einer mit Flammenwerfer. Oh mein Gott. Und ich bin tot. Bei... Oh, fuck. Oh, Wald tot. Scheiße. Naja, diesmal lag's definitiv nicht an der Kart. Das stimmt. 127 Tötungen. Damit bin ich doch zufrieden. Kopfschlüsse 34. Halt mal schauen. Ja, scheiße. Boah, jetzt müssen wir die ganze ein bisschen noch mal spielen. Der hat uns zwischenzeitlich gespeichert. Dachte ich... Kann da nicht irgendwas? Ich glaube nicht, dass das dafür zählt. Oder wir müssen jetzt wieder zur Basis zurückkehren. Okay. Bist du sicher, dass du zur Basis zurückkehren möchtest? Na gut, bleibt nicht anders ruhig, ne? Ja. Hm. Wir haben uns schon wieder nicht mit Rum bekleckert. Ach ja. Ja. Was ist das? Ja, Level 3. Schützenvorteil. Fokussiertes Feuer. Wenn ein Ziel verletzt wird, erleidet es 2% mehr Schaden. dieser Effekt wird bis zu 5 mal gestapelt. Das ist natürlich schick. Noch. Neu. Fernzünder. Wirft... Oh, ich habe neue Fähigkeiten. Entweder passt Fähigkeit an. Wirft einen Sprengsatz, der am Ziel haften bleibt und auf Befehl ferngezündet werden kann. Ein Sicherheitsrückfallschalter bewirkt, das er nach Kurzzeit automatisch detoniert. Brandstoß. Wirft ein Gerät, das eine Anzahl von Mikrobomben verteilt, die vor dir eine Kaskade von Explosionen auslösen. Fernzünder brauche ich nicht. Brauche ich was, was schnell meistens explodiert. Die Kämpfe finde ich viel zu schnell, dass du da einen Fernzünder brauchst. Eigentlich soll das direkt explodieren. Rechts drehen. Das passt so nicht. Machen wir das mal so. Und dann hier Brandstoß. Wir testen das einfach mal. Das können wir ja machen. Erweiterte Dauer ist ausgerüstet. Ich habe ausnahmsweise mal auch die Schrotfinde ein bisschen gelevelt. War eigentlich ganz gut, glaube ich. Okay, würde ich sagen, machen wir dann einen neuen Versuch. Ja, ja, auf jeden Fall, ne? Ja. Ich habe keine Karte, die ich mehr nehmen kann. Eine Karte habe ich noch, aber die darf ich nochmal bei einer bestimmten Mission benutzen. Das kann man ja auch gebrauchen. Deine Seitenwaffe ist deaktiviert. Weil die Pistole so aufnutzt. Ne, ist die Schrotflinte bei mir. Ne, die Seitenwaffe ist doch eine Pistole. Das ist eine Primärwaffe, eine Sekundärwaffe und eine Seitenwaffe. Ach so. Oder? Wir haben doch nur zwei Waffen. Ne, drei. Du kannst den, du kannst den, äh... Dreieck gedrückt halten, dann hast du die Seitenwaffe. Ah, okay. Mhm. Ja, sehe ich jetzt. Also, okay. Ich kam nie auf die Idee, hinter Pistole zu schießen bei dem Spiel irgendwie bis jetzt. Okay, ne, hast recht. Alles gut. Dafür haben wir jetzt immer zu viele Gegner irgendwie. Ja. Aber ist ja schön, dass die Option... Ja, Sachen die du anlegst gehören dir. Einmal angelegt. Ja. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, 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 Aliens. Ich steck fest. Okay. Oh, 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 oh. Ah, fucking God! Okay. Okay. Zoom. Die Granate, die ich da jetzt habe, dieses Brandding ist totaler Scheiß, bringt nur was im Nahkampf. Die Granate, die ich da jetzt habe, das ist sehr gut. Okay, okay, okay. hat irgendeiner das ding verloren hast du jetzt eingesammelt da liegt das nehmen kannst du ich bin jetzt mal im verbandskasten aber den hier ein monetion und jetzt anschließen und dann beginnt der kampf kann ich gar nicht so schön granaten werfen weil sie gar nicht sind sind so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, diese neue Granate, die muss ich irgendwie ändern, das gefällt mir gar nicht Die funktioniert nur im Nahkampf und dann... Beschützendung des ZDF, 2020 Ja... Echt? Waren hier nicht eben die ganzen Minen? Anstatt Wachgeschütze? Ich weiß es nicht mehr... Oh! Ach komm! Dies angespringende Nerv, diese blöden Quick-Time-Events noch mehr... Was ist das? 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 Oder? Was ist that? Ja, Munition und Midi-Pack. Ich nehme das eben ein. Ah, hier sind sie doch jetzt. Guck, guck, einfach mal durchrennen. Woh, woh, woh! Shit. Eieiei. Einige jetzt. Ja. Ich mach mal ganz kurz zurück und ein Medkit holen. Mhm. Das war ja, glaub ich, nicht so weit entfernt, ne? Hm. Warst du ein bisschen übermütig? Ja, da kamen welche voran. Ich dachte, ich tritt das alle nur von hinten, das hinterherlaufen. Sind das jetzt hier mit den Minen oder was? Alfa, renn mal vor. Boah. Alfa, Tier. No. Wort für eins. Oh je. Oh je. Da sind wirklich, äh, da wo letztens die ganzen Minen sind, sind die echt Geschütze. Waren mir die Minen aber lieber. Ah, jetzt geht das hier los. Okay, alles klar. Ja. 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 Wir sollten uns, glaub ich, diesmal einfach nicht so lange hier aufhalten, sondern uns relativ zeitnah diese ganzen Ziele machen. Da oben und so weiter. Dann, glaub ich, schaffen wir dann diesmal auch besser. Ich nehm auch jetzt das Geschützen mit und stell das erst beim zweiten Mal auf. Und dann. Ja. Ja. Union이 brmez durch. Department Valor prueba. Ja. Ja jetzt hat er da hinten das Ding verloren, super, beides relativ weit weg, versuch mal den linken zu holen. Alter, oh geschützt, nein, die ganzen, oh die Hainis, oh Gott, uiuiui, das war der erste, nur noch nicht, nein, nein. Waren da Medipacks? Ja eins, okay dann heile ich mich jetzt, dann nehme ich das auf da hinten. Hast du jetzt beide genommen? Nee. Ich habe hier keins bekommen. Also das ist halt nicht für jeden eins, also das ist schon für jeden eins, aber ich kann nicht nur noch eins sein. Wir müssen jetzt auf die andere Seite. Na ja, ich will kurz die Mietzion aufnehmen. Lekt, klekt, 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 klekt. Okay, hier ist ein Medipack dann. Mietzion. Super, die erste liegt schon wieder großartig. Jetzt kommen die Handwerker wieder. Da sollte ich hinkommen eigentlich. Komm, 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 komm. Lauf, 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 lauf. Okay. Sind die schon da mit der Gatling? Ja. Ah, da hinten ist das zweite. Nee, also du hast noch die Regierendenwerfer noch hier. Okay, ich versuche das einzuwammeln hier. Okay. Oh, ich muss mich heulen. Mhm. Der Tod mit dem Flammenwerfer? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Scheiße. Doch. Wieso kann ich ein Mitglied nicht aufhören? Äh. So, jetzt geht's. Exfiltrieren. Ah, da unten müssen wir jetzt hin. Okay. Okay, ich glaube, wir sind schon mal ein Stück weiter, ne? Ja, wir sind fertig, glaube ich, hier. Na! Ah. Ja. Warum kamen die denn diesmal nicht? Die anderen? Ja. Naja. Oder auch immer. Okay. Ja, ich komme auf den Fall Kredits. Sehr schön. Ja. In Ordnung. Taktische Schotwinde. So, dann müssen wir raten. Okay. Aua. Au. Puh. Ich sitz bei dem Spiel nie so bequem. Ey, ich sitz mega bequem. Schön, vom Fernseher auf der Krustcouch. Ich muss nicht mal mich verrenken und irgendwann die Kabel verbinden. Ne, würde ich eigentlich auch nicht. Aber ich lehn mich nicht so wirklich an, weil ich stehe voll verkrampft, so vor Ball an Ball, ganz nah am im Gesicht. Naja, Spiele, die ich zurückgelehnt spiele, sind wahrscheinlich eh nur WoW und Skyrim, ansonsten habe ich spiele ich selten zurückgelehnt. Ich habe letztens mal wieder Skyrim gesehen, also wie diese Stealth Schafenzen, genau das ist was ich liebe eigentlich. Das macht so, ach, wenn ich es gesehen habe, dachte ich nur, fuck. 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 Ja. Wachgeschütz haben wir dann dabei aktuell, das ist ja okay. Wir haben einen neuen Aufkleber von Valen Tutani, auf gar keinen Fall. Die, 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 so. Mhm, mhm. Oh, die Schrotflinte hat irgendwas Neues. Ah ne, man hat da eine neue gekriegt, aber ne, die nehmen wir nicht. Die leveln wir weiter. Na gut, aber du, 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 du rechst ja von der M37, ne? Ja. Hat die nicht schon bei dir vier Sterne? Nein, zwei. Oh, bei mir hat die nicht schon vier Sterne. Vielleicht, weil du schon das erste Mal so viel mit der gespielt hast. Ähm, das wüsste ich aber. Unifikatoren. Der Brandstoß war kacke, den will ich wieder weghauen. Ganz wunderbar. Schneller Einsatz. Höhere Reichweite. erhöht den Radius einer Fähigkeit um 18% kompatibel mit Splittergranate. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist. Reichweite von Granate. Das ist ja fast wie nur ein Sniper. Okay. Hey, if you happen to acquire one of those, I think we've acquired a few things. 175. Mhm. Vorräte. 7,6. But if it's legal, I'll need you to file a requisition form 1348 or a 1348 line. You can grab those off to that. Granate schlägt nun auch alle betroffenen Ziele hin. Ja, uh. Okay. Für die zwei haben sie da Vorteile. Okay, ich hab mal die Vorteile von ganz viel. Das ist schon mal schön. Okay. Dann losen wir das ruhig mal aus. Okay. Wir gucken, dass wir die beim nächsten Mal vielleicht aufleveln. Das Maschinengewehr damit das weiter gut wird. Genau. So. Ja, schick. Dann haben wir die zweite Mission jetzt auch komplett abgeschlossen und sind bei der dritten. und die vorletzte. Okay. Naja. Auch unordentlich. Ja. 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 Ja.